Ich bin jetzt Emily, die Superkake, ich mache jetzt eine Riesenwelle an den französischen Küsten und ihr alle könnt jetzt mal ein bisschen einpacken hier in Europa, weil meine Riesenwelle ist ca. 50 Meter groß, 50,5 um genau zu sein. Dieser halbe Meter ist wichtig, weil durch diesen halben Meter wird der Pariser Eiffelturm einfach so Bamm, Bumm, Bim, Bamm, Bumm, Bamm, 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 Bumm, Bamm, Bamm, Bumm, Bumm, Bamm, Bumm, Bamm, Bamm, Bamm. Kaputti gemacht. Kaputti, Budi, 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 Butter, 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 Kapum, Budi, Budi, Budi. Ist erkannt? Nein, ich bin doch Schauspieler. Meine Güte, wie oft soll ich das noch sagen, dass ich einfach Schauspieler bin, dass ich spiele? Aber gut, vielleicht kann ich es einfach so. Bumm, Bamm, Budi, Budi, Budi. Ich bin die Butter. Ich bin der Eiffelturm-Butter. Ich bin die Eiffelturm-Butter Oh ja, ich bin der Eiffelturm Und ich bin nur Butter Ich bin die Eiffelturm-Butter Butter, Butter Ich bin die salzige Eiffelturm-Butter Oh, guckt mal da an Akte Triumph besteht auch aus Butter Ganz Paris besteht aus Butter Aus was besteht eigentlich London? Oh, London ist Cottage Cheese Oh, London besteht aus...